Musik Ey, weißt schon, wir hängen viel zu selten zusammen. Wenn man nur in der Lehrwerkstatt oder in der Überschule, da geht ja nix. Wir Kollegen sollten mal was machen. Komm, lass uns zelten gehen. Ja, Mann, Tal Messing steht an. Ich will da ein bisschen zelten. Komm mit Alter, das wird richtig geil. Lass uns mal ein bisschen tempen. Ja, Mann, Tal Messing steht an. Ich will da ein bisschen zelten. Komm mit Alter, das wird richtig geil. Lass uns mal ein bisschen tempen. Hey, hey Süßer. Du bist ja auch hier. Haben uns ja seit dem Seminar nicht mehr gesehen. Voll Lagerfeuer, wie du abgehst. Lass uns doch zusammen tanzen. Wir können die ganze Nacht auffeuern und Spaß haben. Oder wenn du willst, stell ich dir meine Leute vor. Und wir können nachher einen Kaffee Rosenruf gemeinsam den Abend rauskriegen lassen. Morgen können wir wieder voll durchstarten. Ja, Mann, Tal Messing steht an. Ich will da ein bisschen zelten. Komm mit Alter, das wird richtig geil. Lass uns mal ein bisschen tempen. Ja, Mann, Tal Messing steht an. Ich will da ein bisschen zelten. Komm mit Alter, das wird richtig geil. Lass uns mal ein bisschen tempen. Was? Schon vorbei? Das ging viel zu schnell. Krass, jetzt ist schon Abreise. Dabei will keiner heim. Wir hatten noch tolle Workshops. Jeder will hierbleiben. Interessante Leute treffen. Weiter campen. War echt Bombe hier. Haben auch ein paar heiße Jungs abgeschleppt. Aber es gibt ja ein nächstes Mal. Also, ich bin dann auch wieder dabei. Ja, Mann, Tal Messing steht an. Ich will da ein bisschen zelten. Komm mit Alter, das wird richtig geil. Lass uns mal ein bisschen tempen. Ja, Mann, Tal Messing steht an. Ich will da ein bisschen zelten. Komm mit Alter, das wird richtig geil. Lass uns mal ein bisschen kämpfen. Hey, Alter, sei nicht dumm. Meld dich gleich an. 800 Plätze sind schnell voll. Am zweiten Juni geht's ja schon los. Also los jetzt. Wir sehen uns da. Ja, Mann. Tal Messing steht an. Ich will da ein bisschen zelten. Komm mit Alter, das wird richtig geil. Lass uns mal ein bisschen kämpfen. Ja, Mann, Tal Messing steht an. Ich will da ein bisschen zelten. Komm mit Alter, das wird richtig geil. Lass uns mal ein bisschen... Super Sache. Gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.